Er war ein ganz normaler Programmierer. Bis zu dem Tag, als er bei der Antwerpes AG einen Probetag in der IT absolvierte. Halb Mensch, halb iPad. Ganz Programmierer. Es ist ein Neuer in der IT. Er macht den Robo-Job. Nimm auch du die Herausforderung an. Egal wo du wohnst, lock dich bei uns ein und zeig uns, was du drauf hast. Du kannst dich ausgiebig bei uns umschauen. Erzählst uns etwas über dich. Lernst vielleicht zukünftige Kollegen kennen. Und stellst anhand einer konkreten Aufgabe deine IT-Kompetenz unter Beweis. Und das alles. Direkt von zu Hause aus. Vielleicht arbeiten wir dann bald schon leibhaftig zusammen. Du stellst die Software. Wir stellen die Hardware. Mach den virtuellen Probetag. Mach den Robo-Job. Und das alles. mightifi друг, wenn die Bar-Hacken gibt. Teilweise bis vorne. Mensch ist sinnvoll- Aber viel dissolved.